Liken, liken, sonst trifft euch der Blitz beim Gacken, genau so ist das, Leute, genau so ist das. Danke dir, Azudizu, danke dir. CBDCs, Bricks, Bankenkrise, Krieg, Buran-Ausfall, glaube ich nicht, nein. Es ist nicht nur so, dass wir in solchen Fällen einen kompletten Einsturz sehen. In diesen Kriegsfällen, klar, entsteht eine Krise, aber die Wirtschaft wird trotzdem durch Krieg belebt. Und CBDCs, Helikopter-Money, wird wahrscheinlich auch wieder am Start sein, damit ich denke mal, all diese ganzen Ereignisse, die führen sogar dazu, dass wir das Ganze etwas verlängern, dass die ganze Krise, dass der ganze Riesen-Crash etwas verlängert wird, hinausgezögert wird, statt dass es sofort, sofort entsteht und wir auf einmal eine Bankenkrise sofort haben. Die machen daraus einen schleichenden Prozess. Dann habe ich fast 200k zum Investieren. Hoffentlich nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Merkt ihr diese Sache? Es ist nie zu spät. Wir werden genug Korrekturen zwischendrin noch haben. Ich glaube, eine richtig starke Korrektur liegt uns in den kommenden Monaten noch bevor, eventuell noch bis zum Ende des Jahres, wer weiß. Da wirst du noch genug Möglichkeiten haben, stark einzukaufen. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.